Guten Tag und hallo Germany! Der letzte Tag hier in Bangkok, ich freue mich drauf, die Sonne scheint. Ja, der fährt mich sogar noch weiter. Andere lassen mich eigentlich immer raus. Okay, andere Geschichte. Ich gehe jetzt ein bisschen die Haare schneiden, mache mich schick für die Insel und für meinen Schatzsinn. Und dann gehe ich noch zum Optiker und muss unbedingt meine Datenproblematik lösen. Gestern war ein lustiger Tag, da habe ich ja Sabine getroffen mit ihrer Freundin. Sabine kenne ich ja schon viele Jahre. Und wir sehen uns vor Ort, zuhause in der Region überhaupt gar nicht. Und jetzt sieht man sich hier in Bangkok. Und heute Abend treffe ich ja auch noch Dina, die war ja mal eine ehemalige Kollegin. Ich freue mich drauf. Angekommen! Great! Good Taxi Driver! Und jetzt hier. Boa geht auf. Wir gucken euch an per氏. Wir sind wieder am Randplatz. Ja, gibt die Zwischen Mende feel voll protagonist. So, das war ich nochmal beim Friseur, Inselfrisur, für die Beach. So, das war ich nochmal beim Friseur. So, jetzt geht's in den Lupini Park, der größte und schönste Park hier in Bangkok und da lasse ich jetzt meine Drohne fliegen und schaue, dass ich tolle Aufnahmen kriege. Hier hinten die Skyline Sonnenuntergang, ich werde mein Bestes gehen. So, das war ich nochmal beim Friseur. So, wie ihr gesehen habt, habe ich ein paar Drohnenbilder oder auch Videos gemacht. Aber ich wollte noch mehr machen, aber meine Speicherkarte intern ist voll. Ich habe da echt ein Speicherproblem und muss das lösen und sammle jetzt hier ganz, ganz viele wertvolle Erfahrungen, was das betrifft. Schade drum. Ich wäre jetzt gerne noch hier ein bisschen durchgeflogen über den See. Da hatte ich mir die ganze Zeit nicht getraut. Jetzt wollte ich und jetzt kann ich es nicht mehr aufnehmen. D.hü.n Und dann attache ich ihn schön über den See. Ah courage. Danke so. fand ich es schön. Damit ich bin. gegenüber mir ist ganz энергos. Und jetzt kommt gut von mir. Wie weit gerät es gut. Ich meine nicht. Wie schön, das Bangkok Sinfonieorchester gespielt. Wie schön, das Bangkok. So Freunde, jetzt laufe ich gerade nach Hause. Wir haben zwölf Uhr oder kurz vor zwölf, ich weiß gerade was essen. Jetzt die stinkige Müllabfuhr gerade eben vor euch gefilmt. Ja und heute war nicht so mein Tag. Viel rumgerennt, viel Kilometer gemacht. Hat aber alles nicht so geklappt, wie ich gewollt habe. Drohne hat nicht geklappt, Speise war voll. Meine Sachen umgetaucht, Sprennen hatten wir zu. Lieblingsrestaurant war heute auch Ruhetag, extra hingefahren. Letzter Tag hier in Bangkok, fliegt hier morgen noch. Wo ist mein Hotel, bin ich jetzt? Blöd. Ich könnte mir eigentlich noch eine Massage kümmern. Close already? Really? Why? Ein Massage im Hotel nach Asin? 1.000 Baht? 1.000 Baht? Okay. Ja, und äh, ja, war einfach nicht so der Tag heute. Ein paar schöne Bilder gemacht, das war das Schöne. Eine kleine Drohneaufnahme gemacht vom Lumpini Park. Ein paar schöne Bilder von oben. Ja, was war noch? Das war es, eigentlich Friseur gewesen. Und war jetzt eigentlich ein busy day. Naja, dann sage ich mal gute Nacht hier und die Massage geht auch ins Bett. Tschüss. Und ich meine, die Russische Bergwunsch bin. In der relaçãoen rechts bin ich dringenden ngh немного. Das ist immerام, ich bin glücklich zufragen. Und ich bin glücklich zufragen. essa bin ich dann abonniere. Da bist du sofơn Schöneifian sir.